Eine Leiter, ein Labyrinth, ein Wasserfall, ein Seestern, ein... Naja, wie auch immer Ihre Geschäftsprozesse aussehen, Prozesse sind entscheidend für Ihren Geschäftserfolg. Und während die digitale Transformation immer weiter voranschreitet, muss Ihr Unternehmen mit ständigen Veränderungen klarkommen und gleichzeitig der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Aber viele Unternehmen haben damit Schwierigkeiten. Tatsächlich scheitern 90% aller Transformationsinitiativen, da Ihnen kein Plan zur Prozessausführung zugrunde liegt. Aber zum Glück gibt es dafür iGraphics. Unsere Business Transformation Plattform unterstützt Sie dabei, Ihr Unternehmen erfolgreich zu transformieren. Während andere nur provisorische Lösungen für Ihr Geschäftsprozessmanagement anbieten, schließt iGraphics die Lücke zwischen Ihren Unternehmenszielen und Ergebnissen. Eine Business Transformation Plattform ist fast so, als hätte man eine Kristallkugel, um in die Zukunft zu blicken. Sie unterstützt bei der Planung und Umsetzung Ihrer Business Continuity und Resiliency und involviert auch noch die richtigen Personen. iGraphics bietet Ihnen eine ausgesprochen benutzerfreundliche Plattform. Damit können Unternehmen Prozesse an ihren strategischen Zielen ausrichten. Mit iGraphics können Sie Ihr Risikomanagement sogar Workflow-basiert implementieren. Sie haben 1000, 10.000 oder 100.000 Nutzer? Kein Problem, die iGraphics Plattform ist skalierbar für Benutzerzahlen im hohen sechsstelligen Bereich, ohne Performance-Einbußen. Erstellen und verwalten Sie Repository-Dokumente ganz intuitiv. Unsere Experten in den USA und EMEA unterstützen Sie dabei. Mit der iGraphics Plattform können Sie Ihre Datensicherheit erhöhen und Compliance sicherstellen. Alles ganz einfach. Entwirren Sie Ihre Geschäftsprozesse. Mit unserem umfassenden Lösungsportfolio. Von der Analyse über Compliance bis hin zum Performance- und Qualitätsmanagement. Also wie auch immer Ihre Geschäftsprozesse aussehen. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt. Verwandeln Sie Ihre Prozesse in echten Unternehmenserfolg. Mit iGraphics.